Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 2. August. Wildschweine rücken nach Darmstadt vor, die Darmstädter heiraten seltener und Merck sieht sich zurück auf Wachstumskurs. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Sie verirren sich immer öfter in den Vorgärten der Darmstädter, verwüsten Beete oder zerwühlen Sportflächen. Die Rede ist von Wildschweinen. Denn das Schwarzwild aus dem Wald dringt zunehmend ins Stadtgebiet vor. Mildere Winter und nahezu durchgängig verfügbare Nahrungsquellen lassen die Population der Allesfresser anwachsen. Und weil sie laut Jagdgesetz innerstädtisch nicht in der Nähe von Wohnsiedlungen oder in Grünanlagen bejagt werden dürfen, finden sie hier viel Rückzugs- und Lebensraum. Ein Ort, an dem sich besonders viele Wildschweine befinden, ist das Rückhaltebecken Seewiese, nördlich des Ahrheilger Mühlchens an der Jakob-Jung-Straße. Dort seien sie überall, sagt Jagdpächter Max Götzfried. Daher weiß er, Beschwerden über die Tiere gibt es viele. Jagen darf er sie in dem Gebiet nicht. Wegen der umliegenden Wohnbebauung darf er dort aus Sicherheitsgründen nicht schießen. Im Feld nebendran, das auch von Wohnbebauung gesäumt ist, hingegen schon. Diese Grenzziehung sei schwachsinnig, kritisiert der Jagdpächter. Um dem Wildschweine-Problem Herr zu werden, regt er an, dies zu ändern. Laut Stadt sei dies jedoch zu gefährlich und eine Bejagung somit nicht möglich. Die Stadt Darmstadt hat eine kleine Zahlensammlung mit den Eckdaten zum vergangenen Jahr veröffentlicht. Was diese zeigt, 2023 haben etwas mehr Menschen in der Heinerstadt gewohnt als noch im Vorjahr. Insgesamt 167.313 waren es, laut der Statistik Ende des Jahres. Bei einem genaueren Blick auf diese Zahl zeigt sich, es leben etwas mehr Männer in der Stadt als Frauen. Was das Alter der Darmstädter angeht, die 25- bis 40-Jährigen stellen mit 43.517 Vertretern die mit Abstand größte Altersgruppe der Stadt. Die 18- bis 25-Jährigen sind mit mehr als 18.000 Köpfen die fünftgrößte Kraft. Dabei haben die Studentenzahlen an allen Hochschulen im vergangenen Jahr leicht abgenommen. Weitere Erkenntnisse, die die Zahlen verraten, es wurden weniger Ehen geschlossen als im Vorjahr. Generell ist über die Hälfte der Darmstädter nicht verheiratet. Zudem wurden im Jahr 2023 weniger Kinder geboren. Aber auch weniger Menschen sind gestorben. Ein Blick auf die Nationalitäten zeigt, mit etwas über 75 Prozent besitzen die meisten der Darmstädter einen deutschen Pass. In Darmstadt können ab dem 1. August Wohnsitz an- und Ummeldungen online erledigt werden. Ein Gang zur Meldebehörde entfällt somit. Auf einer Website können Wohnungsmieter die Bestätigung des Vermieters hochladen und bekommen danach den Adressaufkleber für den Personalausweis per Post geschickt. Mit einer App kann der digitale Ausweis aktualisiert werden. Doch um die Funktion nutzen zu können, muss man ein sogenanntes Nutzerkonto bunt besitzen. Auch muss die Online-Funktion des Personalausweises oder der elektronischen ID-Karte für EU-Bürgerinnen und Bürger aktiviert sein. Das Projekt dient der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, kurz OZG. Laut der Stadt wurde der Online-Dienst nach dem Einer-für-alle-Prinzip, kurz EFA, von der Stadt Hamburg entwickelt. Das EFA-Prinzip sieht vor, dass ein oder mehrere Bundesländer zusammen einen Online-Dienst entwickeln und diesen dann für andere Bundesländer und Kommunen zur Verfügung stellen. Neun hessische Kommunen testen gerade den Dienst, darunter Frankfurt und Wiesbaden. In Kürze können also mehr als 1,8 Millionen Menschen ihren Wohnsitz online ummelden. Der Pharma- und Technologiekonzern Merck sieht sich zurück auf Wachstumskurs. Vor allem Krebsmedikamente sorgen für zusätzlichen Umsatz, aber auch die Nachfrage nach Vorprodukten für die Chipfertigung legt zu. Auch das Labormaterialgeschäft erholt sich. Die während der Corona-Pandemie aufgebauten Lagerbestände werden derzeit abgebaut. Von den vergangenen Rückschlägen bei der Entwicklung von Medikamenten zeigt sich Unternehmenschefin Belén Garillo unbeeindruckt. Potenzial sieht sie bei der unternehmenseigenen Technologieplattform zur Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten, bei denen Arzneimittel an einen Antikörper gekoppelt werden. Dieser Ansatz wird im Kampf gegen Krebs angewandt, da damit gezielt Tumorzellen attackiert werden können. Auch Programme zur DNA-Schadensreparatur seien vielversprechend. Für das Gesamtjahr hatte Merck bereits die Prognose leicht auf einen Umsatz zwischen 20,7 und 22,1 Milliarden Euro erhöht. Im Funkstädter Stadtteil Eschollbrücken ist am Dienstag das erste positiv auf die afrikanische Schweinepest getestete Wildschwein im Landkreis Darmstadt-Dieburg gefunden worden. Eine mögliche Ausweitung der Sperrzone 2 weiter nach Osten werde in Absprache mit dem Land Hessen und dem Regierungspräsidium Darmstadt aktuell noch geprüft. Bisher gilt die Sperrzone 2 nur für Westkreiskommunen, darunter Griesheim, Weiterstadt, Funkstadt und Seeheim-Jugendheim. Die Landwirte im Kreis hoffen derzeit, dass sich die Schweinepest nicht noch weiter ausbreite, da es gerade im Ostkreis viele Landwirtschaftsbetriebe mit Schweinehaltung gibt. ASP war vor rund sechs Wochen erstmals bei einem Wildschwein im Kreis Groß-Gerau nachgewiesen worden und ist eine hoch ansteckende Viruserkrankung, die ausschließlich Schweine betrifft. Die Sperrzone 2 schließt den Westen des Landkreises Darmstadt-Dieburg bis nach Mühltal ein. Außerdem liegen der komplette Kreis Groß-Gerau und Teile des Kreises Bergstraße in der Zone. Dort gilt unter anderem eine Leinenpflicht für Hunde und ein grundsätzliches Jagdverbot. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de.